Musik Keiner kann es treffender ausdrücken als die Eignerin Rebecca Gutmann selber zur Namensfindung von Degalité. Der Name entstand aus mehreren Aspekten heraus. Zum einen soll er natürlich der renommierten Stutenfamilie der Egale dem Bewundeten Respekt zollen, die sie verdient. Zum anderen macht der Name, der kurz nach den schrecklichen Terroranschlägen in Frankreich gewählt wurde, auf die europäischen Werte der Toleranz und interkulturellen Gleichberechtigung aufmerksam. Degalité umgibt eine Aura, die Gänsehaut entstehen lässt. Enorme Grundgangarten, gepaart mit einer einzigartigen Erhabenheit, lassen diesen großrahmigen und langbeinigen Hengst nahezu majestätisch anmuten. Es ist nicht nur eine enorme Bewegungsgüte, sondern vor allem eine wahnsinnige Leistungsbereitschaft, Leichtigkeit und Coolness, die diesen Hengst auszeichnen. Auf dem Schafhof ließ er seine Aura in den Auftritten mit Lena erstrahlen. Degalité ist ein Kämpfer mit einem wunderbaren Charakter. Er brilliert stets für seinen Reiter und genießt seine öffentlichen Auftritte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020